hallo und herzlich willkommen zurück zu let's play two point hospital wir sind immer noch in der vorproduktion wie ihr vielleicht gemerkt habt wir haben festgestellt dass wir vielleicht noch ein oder zwei hausmeister einstellen sollten weil 12 ihr beiden kümmert euch bitte nur um das bedeutet nämlich dass wir das dann kleinen puff haben haben wir auch noch ein arzt der hat mir das gerne kam haben wir nur zwei davon wir müssen auf jeden fall noch ein paar ärzte mit mir das kann ausbilden arbeit das kann ich gleich weitergebildet wenn die vier fertig sind haben wir 16 dann bilden wir die beiden hausmeister aus und noch zwei ärzte das kann passieren mensch macht ihr keinen stress dem war nicht mehr zu helfen das kann passieren mensch macht ihr keinen stress wir machen durch zwei haufen ja schon lange keine notfälle reinbekommen und den einen chirurgischen notfall konnten wir leider nicht beheben das läuft relativ gut und johnson der kann das leider nicht machen felix gut das wird uns jetzt nicht genommen und dann sind zwei schon mal fertig die anderen beiden werden jetzt auch gleich fertig so fertig das hier waren die chirurgen ne so fertig das hier waren die chirurgen ne diesen die haben wir die die das ist einen weiter das ist die 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 neue Lamp-Shop auf Stumpy Lane. Mit über 20.000 verschiedenen Lampen finden Sie eine größere Selektion von überall. Schade, die Licht erzeugt werden, wird sicherlich nur wie drab deine kleine Homes sind, so vielleicht ein Kandel wird für die meisten Listener sein. So. Wie gesagt, tut mir leid, dass die Folgen in der Woche so kurz werden, aber das packe ich sonst nicht. Morgen nehme ich auch noch Legend of Kai auf und ja, das wird so alles ein bisschen knapp. Zu knapp. Tut mir leid. Das heißt, wir kümmern uns jetzt um unsere, warte mal, ist Dr. Quentin gerade am operieren. Ich mache jetzt Pause. Da wartet ein Ausbild auf dich. Notfallspritzen nehmen wir. Notfallchirurgien nehmen wir auch. Notfallchirurgien nehmen wir auch. Notfallchirurgien nehmen wir auch. Die Förderer der drei Mitarbeiter können wir ein. Research ist gerade nicht so wichtig. was gerade viel wichtiger ist das wird mit zwei sternen erreichen das ist viel wichtiger zumindest erachte ich das für wichtiger da Kacke mein Beileiter sehr gut das heißt wir können jetzt gleich gucken das wir noch zwei Leute weiter wohnen und hat dies nein ich hab dies mechanik 3 so die ist noch dran wenn der Kunde kriegt gerade eine Einzelstunde ja einfach verstanden aber läuft die haben wir fertig jetzt warten hier drei Notfallpatienten und die machen jetzt Pause geil wenn wir die Mitarbeiter fertig haben müssen wir nur noch die Heilungsrate schaffen wenn wir die Heilungsrate einmal erreicht haben sch sind gehen Bach Meester Sch und statt nach sehr gut sehr gut quentin das drauf so 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 Na, end of year approaching nehmen wir mit. Aufstellende Stirn. Mann ey. Gong, gong, Achtung, Kaffee. Na, Stufe 12 haben wir eingeholt. Ganz cool. Nicht Ektoplasma. Mach den Geist weg, wir bekommen einen hochgangigen Besuch. Injektionspatienten. Ach du Kacke, die stehen sich ja alle tot. Injektionspatienten. Ja. Ja. Ja, die können wir nicht sein. Aber die hat zwei von vier auch wieder schlecht. Mann ey. Gut, sobald der eine Pause macht, können die los. Ja, die Operationspatienten waren auch da drin. Hey. Natürlich. Guck mal, meine Forscher. Guck mal. Guck mal, meine Forscher. Ich schicke jetzt mal die Leute. nach Hause, die kritisch sind. Dann können wir das große Sterben ein bisschen eindämmen. Guck mal, meine Forscher. so so shiruki ist aktuell die beste die war ich sehe immer die auch weiter miami swing äh, Slag das ist richtig ah, wie geht es denn über? ok ich würde sagen ich bedanke mich an die sache viermal zwischen wenn es euch gefallen hat die glauben braucht hinter das konzeptieren kritik bis zum nächsten mal rein und